Hier nur kurz eine weitere Möglichkeit, einen bestehenden Kontakt zu löschen. Dies realisieren wir über die Userform Kontakte. Dafür gehen wir zuerst auf Kontakte und fügen einen weiteren Knopf hinzu. Eintrag löschen. Wenn nun dieser Knopf gedrückt wird, soll sich eine weitere Userform öffnen, in der wir den genauen Kontakt auswählen können. Dafür erstellen wir uns eine neue Userform. Und diese nennen wir Eintrag löschen. Und im Kopf der Userform sollte entstehen, Kontakt auswählen. Wir gehen gleich noch einmal zurück auf die Userform Kontakte und programmieren unseren Knopf. Was soll nun passieren? Zuerst kann sich die Userform schließen. Und die Userform Eintrag löschen kann geöffnet werden. Da nun die Userform Eintrag bearbeiten Auswahl und die Userform Eintrag löschen in der Oberfläche identisch sind, können wir diesen Inhalt kopieren. Und fügen ihn in die Userform Eintrag löschen ein. Auch die Programmierung ist ziemlich identisch und darum kopiere mir auch diese. Als nächstes der Bestätigungsknopf. Und aus der Userform Eintrag bearbeiten Auswahl können wir uns nur die erste Zeile holen. Und die restliche Programmierung ist völlig identisch mit der von der letzten Folge. Wir navigieren zu Userform 1 und kopieren uns ab Eingabe. Und nach der Messagebox können wir bereits die Userform schon wieder schließen. Und damit hätten wir schon alles. Stimmt das jetzt schon? Hier. Das heißt nicht nie. Und zwar heißt es hier an dieser Stelle Userform 1. Da sich die Listbox 1 in der Userform 1 befindet. Und das war es jetzt aber. Nun kommen wir zum obligatorischen Test. Kontakte Eintrag löschen. Wir wählen wieder Herr Test. Okay. Herr Test wirklich löschen. Abbrechen. Okay. Das funktioniert. Das Ganze noch einmal. Herr Test. Herr Test wirklich löschen. Ja. Und auch hier funktioniert es wieder. Sehr schön. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.